Literaten sehen neuerdings gut aus, innerlich und äußerlich. Nicht mehr schlechte Zähne, Alkoholfahne, mit Absinthe vollgepumpt, drogenabhängig und ungewaschen. Außenseiter? Nein. Literaten sehen gut aus. Das Herz am rechten Fleck, meist am linken. Zarte Hände schreiben kunstvoll die Werke, die nur ein Hauch einer Idee spontan direkt auf ein weißes Blatt Papier bringt. Sie sind interessant, besonders oft verkehrt und sind immer eine gute Partie.